Ohhhhh Wollen wir auch Weg dich, ich warte auf dich bis du da bist Jetzt rennt er weg der Der Huren Der Gammelhaben Höh Ah, jetzt Loll Ich konnte ihn einfach am Anfang nicht treffen Wichtig komisch Wenn du zu mir kommst, hier ist auch noch einer Hier Wollen wir es ja Alles klar Okay Der ist ein Move mein Bruder, der Beste Frech, einfach frech Flugzeug, ich höre Flugzeug glaube ich Ja, auch 230 hieß Flugzeug Nur Flugzeug bis jetzt Kreuzt du uns gleich Ohhhhh Jetzt kreuzt es uns Okay Fahr du mal kurz weiter Ja, hier werden wir auf 80 Auf 80, ja Auf 80, ja Fährst direkt auf Zug Oh wey Hatten wir hier, oder wie? Oh, hier unten rechts steht ein Skibahnanlagehalle Felix Hast du gesehen? Ja Ja Ich hab halt kein Skibahn Willst du wieder fahren? Kann ich nicht Ja, kann ich Gut, hier Ich brauch keins Wir sollen wir das machen Top kommt auf 120 Das sieht uns die Lagerhalle wahrscheinlich Ja, wenn wir eins mogen Ja Ja Oh, die war sogar gut Oh, der Jeep fährt, der Jeep fährt Oder? Südosten Da liegt einer auf Südosten Da liegt einer auf Südosten GD, nimmst du? Nimmst du GD? Ja Anna ist da rausgesprungen, beide sind rausgesprungen Oder? Wir sind beide rausgesprungen Fähig geht zum Auto Ne, ok, das ist dumm Ich stehe wieder zurück Oh Was ist denn das jetzt? Komm, komm rein Yes Ja, Bruder, es geht nicht, Digga Digga, es geht nicht Ich Sollen wir zum Schuss hin? Ja Direkt rein? Ja, halt hier, halt hier am Schick Ich halte mich kurz nur ein bisschen Gehört rechts rum, Felix Immer über rechts kämpfen, weißt Ja, ich guck nur Ich hab nix zum Schmeißen an Granaten und so Ich hab drei Stück Einer ist hier links auf 160 Achtung, da liegt schon eine Granate An der Ecke Einer kommt rechts Der ist wieder hinten rechts So, wir über rechts Ja Hallo Hopp Machst du beide? Ja, also du hast einen Ich hab einen Das Auto macht n Bogen, kriegst das Auto macht n Bogen Ja Ja, die hat n CFR Ja, 185 Haben die Scopes gehabt? Äh, hier in Achter Kannst du anwenden? Kann ich anwenden, ja Hier hinten rechts an die Mauer hier Ich will nicht über links piegeln Die zeigen sich gar nicht Dort auch einer hat sich mal ganz eine Zeit lang gezeigt Ist schon an dem Stein, oder? Ja Schau grad die ganze Zeit Ich hatte noch zwei Einen genockt Headshot gegeben, ich will pushen Ich geh links rum Ich geh links rum Bisschen push, ne? Ja Schön, Digga, schön Du willst aufpassen beim Looten Falls ein Fahrzeug vor hinten kommt Ich hab noch eine Sechser, willst du das? Äh, ich hab die andere Kiste noch nicht gelootet Ich will das erstmal alles looten Und dann tauschen wir wieder um AKM und Dings Der eine hat eine Mini Ich hab eine Achter Dann nehm ich mir die Mini Als Zweitwaffe Sechser hab ich jetzt selber Da hab ich jetzt beide gelootet Gut, dann lass wir's weg Ich fahre im Auto nicht erschrecken Ich nehm die Mini Ich hab nen Denkscope Kannst du von mir das haben Auch nen Fullpack Und kippt die Sähe Oh, und kippt die Sähe Echt? Haben wir dann noch nen Vierer oder sowas? Äh, wir setzen noch nicht Ich muss erstmal alles durch Oh, Leck Pass auf, Leck Ich hab nen Ghillie schon Dann nehm ich mir nen anderen Ghillie Ey, Motor kommt aus 280 43 Ja, dann läuft einer Auf 33 Raus oder nicht, Klaus Den noch Der ist hingelegt Der robbt grad vor hinterm Stein gleich Wenn er nach voraubt müsst ihr gleich sehen Oh ja Äh, genau Dann stein ich seh nichts Hit Oder ist noch ein Mate Weiter rechts Hit, Mate Hit, Mate Hit, Mate Hit, Hit Ach, beide Schön, schön, schön Doch, oder? Ein Baum auf 305 Hier hab ich jetzt auch was gemeint zu stehen Ich guck mal in In den Sniper Wenn ein genockt Arm, Stein Achtung, die ist hinter Innen der Sni noch Ja Pass auf, 110 Ah ja, rotes Haus Äh, Backstein Outlocked 85 Muss, hm, müssen die Zone Mark the location Was, ich schaue mal nach hinten wieder Ja, ich schaue nur dorthin Das hat zwar hier gesehen Schade Okay, wir sind die Zone Okay, jetzt müssen sie die Zone Okay, jetzt müssen sie die Zone Kriegste abo markiert Das ist, ähm, einer auf jeden Fall Und zwei sind nach Forsten im rechten Backstein Okay, dann fehlen aber noch Drei Drei, oben rechts und Gilly Ich, ich, ich würde nicht raus Ich würde nicht raus, Leos Das ist riskant Ich bin aus an der Mauer, aber ja Eben Ja, das war Ich wurde genockt Leos, ich bin genockt Im Fenster, bin safe Der Schaub Der wird jetzt kommen, oder? Ja, der Schaub Gut, der andere macht Auge auf die Oh, die machen Auge auf die Die machen Auge auf die Der eine ist, der Gilly ist raus, der Gilly ist raus Oh, jetzt Direkt raus Ich habe mich erst Achtung, der eine ist noch im Haus drinnen Pass auf, gär bitte Jetzt ist auch groß Fast genockt Der andere kommt auch hinterher Der, den ich fast genockt Schön Genockt meinen Der andere ist Der andere kommt Schön Ich bin Ich bin Ich werde über das Gingst 3 Gegner Ja, gut Ich gehe wieder rein Ich bin wieder drinnen Eingenockt Wo? Da dem Stein ist er Okay, okay Wo? Der, ich hätte Ich gucke nochmal ganz kurz nach dem Snire rein Ob da was ist Der andere läuft Ja, ich sehe es Die Stein hin Ich sehe es Ja, habe es gesehen Sehr schön Hab ihn Ja, auch noch Ich gucke mal Richtung Snider Das aber Scheinbar nichts Aber nicht Festlegen Irgendwann der Leben wird auf Norden liegen Irgendwann irgendwo auf 10 Ich habe mir schon überlegt, aber den müssen wir dann eigentlich doch sehen, oder? Die Pokken, oder? Doch, die Pokken! Oh mein Gott Gott LOL Da wollte ich auch gerade hinschauen Lass den Lass den in die Zone fahren Lass den in die Zone fahren Lass den in die Zone fahren Fahr in die Zone Warte, ich steig aus Fahr du in die Zone Nicht dass wir Nicht dass der Auf einmal doch kommen sollte Und dann fahr ich den in die Zone Und komm wieder rein Also du komm rein Und lass ihn in die Zone stehen Also du komm rein Und lass ihn in die Zone stehen Die Zone fahren Die Zone fahren Die Zone fahren Die Zone fahren